Hey ihr Lieben, herzlich willkommen bei Heidek.TV. Mein Name ist Dominik und cool, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ja, heute ist Freitag, das heißt, es sei wieder für ein neues Video, für unsere Freitagstransformation mit Tim und natürlich mit Kathleen. Was haben wir denn heute für euch vorbereitet? Wir möchten euch gerne den Spring-Summer-Hair-Trends 2018 vorstellen. Das heißt, es wird ein richtig modern, fresher Haircut für die Frühjahr-Sommer-Kollektion. Und ich glaube, da ist Tim auch mit seinen Tattoos, mit seinem stabilen Körper ultra gut geeignet und deswegen bin ich schon ultra auch gespannt für diese Transformation, was Kathleen da zaubern wird. Ich wünsche euch beiden ganz viel Spaß und vor allem wünsche ich euch ganz viel Spaß und dann sehen wir uns später. Bis dann und let's go! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Outro Bette an deies Bette an deies Bette an deies Ja Leute, das war unsere Transformation für diesen Freitag. Ich bin mega geflasht, vor allem finde ich, ich glaube, das ist euch auch aufgefallen in den Videos, dass Tim ein bisschen Ähnlichkeit mit David Beckham hat und ich glaube, das ist ja ein Kompliment, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich finde es mega cool, geben wir mal kurz deine Hand und die sieht mega stylisch aus. Und auch großes Kompliment an Kathleen, du hast mal schon wieder einen rausgeknallt hier, aber das kennen wir ja nicht anders von dir. Leute, wenn ihr Haarprobleme habt oder ihr habt Kollegen, die haben Haarprobleme oder Freundinnen oder wie auch immer, skypt uns gerne an oder macht einen Termin für eine persönliche Beratung und ansonsten schön fleißig unseren YouTube-Channel abonnieren, natürlich Instagram und Facebook auch nicht vergessen, wenn ihr schon dabei seid. Pusht mal ein bisschen mehr den Kanal, teilt fleißig unsere Videos, schreibt in den Kommentaren, was wir als nächstes eventuell für euch machen können und dann wünsche ich euch ein sehr, sehr geiles Wochenende von dieser Stelle und dann sehen wir uns nächsten Freitag wieder. Bis denn und tschüssi, Kowski! Bis dann! 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 Bis zum nächsten Mal.